Es ist Zeit für dieses letzte Drittel im Spiel, Arzlermann versus die Augsburg-Panther und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play NHL 16 in diesem spannenden Spiel. Wir führen im Moment ganz knapp mit 4 zu 3, sieben Tore in den zwei Dritteln vor uns und es liegt noch ein Drittel vor uns, 20 Minuten sind noch zu gehen und los geht's. Ich bin mal wieder gespannt wie ein Flitzebogen nach dem letzten Drittel in dem Zeitraumspiel. Oh, und gleich mal ein Fehler auf Seiten von Mannheim. Jetzt wird nochmal gefährlich, aber Andras hält. Und der spielt in die richtige Richtung. Mannheim. Oh, da holten sie alle vorbei, aber der geht mehr über den Kasten. Und da holt sich Mannheim im Augsburger Drittel den Buck. Augsburg jetzt mal wieder Abdrücker. Wieder gecheckt und Andras holt sich diesen Buck. Oh, und da ist wieder ein Fehler. Oh, aber Mannheim hat jetzt den Druck. Jetzt hat Mannheim den Bogen raus und es war Jon Renau, der das Tor erzielt hat. Also, ich denke mal, jetzt ist es auch noch vorbei, aber der Schritt ist ja noch nicht zu Ende. Und wir haben es ja auch im Herzen erlebt, wie Augsburg nach der 2-0-Schule zum Ausgleich kam. Ich denke mal, jetzt ist das nicht mehr glücklich, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich denke, mit dem Nächsten müsste es eigentlich gelaufen sein. Jetzt ist wieder Mannheim. Und dann gibt's ein Bulli. Bulli-Time hier mal wieder. Und Zeitdruck teilt gegen Augsburg und für Mannheim. Aber wir sind zu spät dran. Augsburg holt sich den Buck. Oh, und es wird wieder spannend. Können sie was umsetzen? Und wir laufen Kranios am Punkt vorbei. Oh, und da fällt er 5 zu 4. Ich hätte sie nicht abschreiben sollen. Denn immer, wenn man diesen Augsburger abschreibt, kommen sie wieder ins Spiel. Craig Moore hat sie hier. Ich denke mal, es wird für die Verlängerung gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke momentan an Verlängerung. Aber ich hoffe, dass wir dieses Spiel knapp für unten über die Zeit trinken. Und es gibt Zeit, die hier in der 3. Periode, um es einfach zu erreichen. Adler Mannheim hat eine andere Fase-Off-Win. Er kommt in. Was wird er tun? Hatschett's 1! Auschuss wird gebrockt von Mannheim. Und das ist der Antropo Bayern. Ein Tor noch für Ausflug. Aber die Zeit tickt halt gegen Sie. Und sie tickt für Mannheim. Die Sehen wir nochmal. Die Wiederholung von dieser Schoss. Der leider nicht ins Vorhinein, gegangen ist. immer noch ist immer noch bei mann und die situation ist immer noch nicht bereinigt vielleicht vielleicht mal augsburg hat den punkt und jetzt wieder mannheim lassen sich viel zeit und die zeit tickt leider gegen augsburg aber jetzt haben sie den punkt wieder und auch ist nicht abgepfiffen das spiel ist erst zu ende wenn der serie abweist und hier sind die ersten versuchte aber etwas hält der macht die runde ums tor aber er trifft nicht fünf minuten schritt wird sich abend die auftrüber nur noch zeit das letzte zuerst um ausgleich zu erzielen nicht genutzt spiel den pass zu sicherheit erst mal raus und dann gibt es ein abseits die nächste minute auch für augsburg und das kostet die augsburg und das sind nur noch zwei minuten zu gehen da wird geblockt aber der mann einmal mann ist da oder kommt da ein bild das war nicht gut gelöst und das sind nur noch zwei minuten zu gehen eine minute 33 ich denke das war ich denke sobald die hausse ich bin ja ein spiel ist erst zu ende wenn der serie abpfeift aber eine gewisse 1 für ein tor das könnte noch reichen aber nicht wenn sie die ganze zeit vor ihrem eigenen tor rumhängen die augsburger und jetzt ist es vorbei das schafft augsburg nicht mehr 6 zu 4 wer war der schütze wer hat es erzielt john reno macht sein zweiter sind das war's für augsburg das ist 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 die letzte Minute geht runter läuft runter das ist das ist schon geblockt Oh, da fällt der vernichtete Schlag. 7 zu 4, weil das Tor leer war. John Reno. Nächstes Tor, Tor Nummer 3. Das Tor darf du halt nicht leer stehen lassen. Das weiß jeder Spieler. Wenn das Tor leer ist, macht man den rein. Und das war's. Gleich ist es geschafft. Aus, aus, das Spiel ist aus. Die Augsburger Panthers mit 7 zu hier. Es war ein spannender Spiel bis zum Schluss, bis zum Schluss abkämpft. Bis die letzten drei Minuten. Danach war alles klar. Aber es war ein schönes Spiel, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Vor allem, weil es ja bis zum dritten Drittel unentschieden stand. 3 zu 3. Und dann kommt da das 4 zu 3, das 5 zu 3. Und dann ist es eigentlich schon was vorbei. Aber dann kommen sie nochmal. Mit dem 4 zu 5. Ah, dann ist es 6 zu 4. Und das 7 zu 4. Dann war's das. Im nächsten Spiel geht es um Atamanheim vs. Düsseldorf. Und ja, ich bin mal gespannt. 27 Siege, 2 Niederlagen, 2 Overtime-Siege. Und das war's von meiner Stelle aus. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Mir hat das Video unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützt wollt. Mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Möde. Tschö. Tschö.